Fahr weiter hinaus in das tiefe Wasser. Dort werft eure Netze zum Fang aus. Äh, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und haben nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, dann... ja, dann werfe ich sie aus. Jakobus! Johannes! Jakobus! Johannes! Kommt her mit eurem Boot und helft uns schnell! Schneller! Schneller! Ja, es geht nicht. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ja, es geht nicht. Das ist genug. Ja, es geht nicht. Geh weg von mir, o Herr. Ich habe viel gesündigt. Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Ich habe viel gesündigt.